Hi. Guten Tag. Also es ist echt verkackt kalt. Ja, mega krass. Wieder hier in Holzweiler. Aber wir sind heile im Proberaum wieder angekommen. Wir kommen gerade aus Köln vom SPH Band Contest. Und wir müssen euch verkünden. Frohe Kunde. Wir sind wirklich weitergekommen. Ja. Wir haben den dritten Platz eingenommen. Fünf Gitarren sind auf der Autobahn durch den Sturm weggeflogen. Ja, ich glaube. Wir haben auch unseren Backlern verloren. Der Janni ist auch eigentlich gar nicht. Der Janni ist ein anderer. Der Janni hat einen Stock ins Kunde. Vielen Dank in diesem Sinne und bis bald. Ja, nein, noch nicht. Also pass auf. Wir haben Tickets. 250 Stück. Wir vertippen die alle. Wir vertippen die. Mir ist kalt. Tschüss. Also wenn ihr uns in der nächsten Runde sehen wollt, würde uns freuen, wenn ihr euch meldet. Kauft ein paar Tickets. Unterstützt uns. Wir haben nämlich jetzt echt Blut geleckt und haben Bock weiterzukommen. Die nächsten Runde wartet auf uns. Köln in Duisburg, Paderborn. Man sieht sich. Bis dann. Tschüss. Ciao.